Also ich investiere auf keinen Fall mein Geld in Aktien, ne. Sehr reines Glücksspiel. Wenn du das denkst, dann ja, hast du schon recht, aber eben nur kurzfristig. Kurzfristig? Kein Mensch oder Maschine weiß, wo sich die Kurse von Apple, Amazon oder Microsoft in einem Monat oder sogar nächstes Jahr befinden. Ja, siehste, wusste ich's doch. Was aber jeder wissen kann, ist, dass die drei zu den wertvollsten Unternehmen der Welt gehören, weil Zehntausende, wenn nicht sogar Hunderttausende Menschen jeden Tag deren Produkte nutzen. Langfristig kaufst du dir also ein Geschäftsmodell, das einen Wert generiert und Kunden zufriedenstellt. Und wenn du das nicht nur mit den drei Unternehmen machst, sondern in die ganze Weltwirtschaft mit ETFs investierst, dann reduzierst du auch noch dein Risiko. Und das geht sehr günstig bei Scalable Capital. Link steht in der Bio.